Und jetzt der Start zum Fritz Henkel-Stiftung-Rennen erfolgt. Und die Spitze geht hier gleich an Liberty London. Marshmallow ist dabei, Jinjin in, jetzt aber durchgekommen zur Führung. Jinjin vor Liberty London, dahinter ist Marshmallow dicht auf. An der Innenseite Flamingo Girl, dahinter French Conte nicht weit zurück. Dann sehen wir am Ende des Feldes im Moment Padron und hinten auch Longsat an vorletzter Position. Das sind die Ausgangs der Kastanienallee und Jinjin ist vorn. Liberty London dahinter, an der Außenseite Marshmallow knapp vor Flamingo Girl. Dann Longsat jetzt an French Conte heran und Padron dicht auf an letzter Position. So geht es nun gleich den Berg hinauf und vorne weiterhin Jinjin. Eine gute Länge vor Liberty London, außen Marshmallow, dann Flamingo Girl. An der Außenseite dahinter sehen wir Longsat, inne geht French Conte und Padron am Ende des Feldes. So ist der Berg erklommen, es geht jetzt auf den Schlussbogen zu und Jinjin marschiert an der Spitze. Anderthalb Längen jetzt vor Liberty London, dahinter Marshmallow, dann sehen wir Flamingo Girl. Longsat dahinter mit French Conte und Padron, muss schon ein bisschen geschoben werden. So geht es jetzt in die Gerade, knapp 400 Meter noch bis zum Ziel. Und Jinjin marschiert hier vorn. Liberty London jetzt zum Angriff herausgenommen von Eduardo Pedrosa. Und ist jetzt zur Stelle. Liberty London greift Jinjin an, aber Jinjin legt zu. Jinjin und Liberty London, dahinter Marshmallow, dann Flamingo Girl, Longsat und French Conte vor Padron. Aber Jinjin gibt es sich hier nicht so leicht geschlagen, außen Liberty London jetzt aber knapp im Vorteil. Liberty London vor Jinjin und Liberty London gewinnt das Fritz-Henkel-Stiftung-Rennen vor Jinjin. Dahinter ist es Flamingo Girl, dann Marshmallow, Longsat, French Conte und Padron. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.